Chloe steht da hinten. Ich will mit David reden. Oh ja. Und wie er das hat. Nein. Machen wir nicht. Machen wir nicht. Aber was machen wir jetzt? Chloe's Haus verlassen? Na gut. Dann gehen wir. Ich weiß nicht, ob das gut war, was wir da getan haben. Ich habe Fotos von Rachel und Frank. Wie mehr als Freunde. Nein, nein, Max. Sie war einfach zu teilen Frank. Wenn Sie nicht glauben, warum nicht wir schauen, was Frank hat in seinem R.V.? Was das wird das tun? Frank hat Rachel's Bracelet. Was noch mehr hat er in da? Motherfucker besser nicht haben, für seine Sache. Let's check die Tür. Frank wird so verletzt, er manchmal vergessen zu locken. Ich kann nicht glauben, dass du mit ihm hattest. Nicht mehr. Wir müssen hier als Casual Ninjas sein. Schieples. Okay, hier ist der Plan. Ich gehe nach dem Diner und schiebe Frank, indem ich ihm habe das Geld, aber er muss mit mir kommen. Dann kommst du und rewinde, so Frank doesn't sehen mich. Dann kannst du Frank sagen, er muss seine R.V. Dann kommst du nach dem R.V. und dann rewinde, nachdem du den Geist und... Äh, und... Chloe, ich habe das. Ich werde gleich zurück. Ich werde nicht mein epic Plan get in der Weg von dir. Ich werde versuchen, ein Scooby-Snack zu schützen, um ihn zu schützen, um ihn zu schützen. Jetzt findest du ein schnell und leichter Weg zu schützen, Frank's Geist. Verzeih, dass ihr mich nicht eher gemeldet habt. Deine Mutter ist sehr stolz darauf, wie du diesen Mädchen gerettet hast. Genau wie ich, dich nach Blackwell zu schicken, war das Beste, was du je von uns verlangt hast. Wir waren so stolz, in den Nachrichten von dir zu lesen und deinem Video zu sehen, wie du mit ihr das Dach verlässt. Wenn du zum Relax nach Hause kommen und hier auf eine Schule gehen möchtest, steht die Tür immer weit offen. Kuss, Papa. Danke, Papa. Es war chaotisch hier. Ich bin noch nicht so weit, nach Hause zu kommen. Bis später. Max. Wir haben schon wieder so viel übersehen. Es ist unglaublich. Es kann echt nicht wahr sein. Mich ärgert das. Extrem. Oh, ja. Guck mal mit ihm reden. Ja. Oh, ja. Ich hoffe nicht. Es könnte besser sein. Wir könnten einen solchen Kalifornien-Kwakes bekommen. Ja. Aber ich fühle mich ein bisschen dizzy jetzt. Ich hoffe, dass du den großen großen Tag heute verholtest. Ich würde. Es ist auch schon lange zu verändern. Mal sehen Sie, Kind. Tschüss. Das haben wir schon gelesen. Was genau war das jetzt? Das letzte. Wir haben so viel verpasst. Das kann doch nicht sein. Das ist krass. Hier sitzt jemand. Wer bist du? Max. Kann ich dir etwas von der Diner bekommen? Ich hörte von der Frau, der schon aus der Blackwell-Ruf. Es ist eine sehr schwierige Woche, Blackwell. Es ist eine sehr schwierige Welt, Max. Aber du bist so ganz jung. Oh, wenn ich wieder zurückkehren und wieder sein kann. Ich wirklich wünsche ich dir. Sie müssen... Ich bin wahrscheinlich ein größer Snoop als du. Die Leute versuchen nicht zu sehen. Ich sehe alle. Und alles. Sie müssen... ... 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 Vielleicht sollten wir das. Aber es ist schon zu spät. Der Idiot sagt, was? Hast du sie verabschiedet? Du bist so dumm, Max. Du denkst, du bist auch so dumm. Nimm mich nicht, Frau. Du willst mich nicht für ein Feind, verstehst du? Hör dich? Hör dich, Mann. Wir sind im Diner. Genau. Plus, du bist jetzt ein Adult. Ich kann dich für eine Leibel verabschieden. Danke. Jetzt schau dich weg, Dyke. Du bist so ein Spass. Entschuldigung. Aber, Alter, der Typ macht mich echt... Ich werde dich sogar noch nicht holen. Außerdem, du brauchst nicht ein Leibel. Du brauchst diese Leibel hier. Schau dir deine Augen, Dylate. Du bist besser als ein Junkie, Max. Aber keine Lösung für dich. Ich bin Angst, ich muss deine Leibel jetzt nehmen. Hm. Müssten wir jetzt ein bisschen was hier verteilen? So. Der ist so... So dämlich irgendwie. Warum... Ich verstehe es nicht. Er legt die Schlüsse einfach da hin. Und rafft es dann irgendwie nicht, wenn man sie wegnimmt. Was ist sein Problem? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht.